Moin! Ich komme gerade vom Skaten zusammen mit Zaua. Wir waren gemeinsam im Ghetto-Park gewesen und in dem Zuge wollte ich gleich mal meine neue GoPro ausprobieren und ich muss sagen, es ist schon ein echter Unterschied im Vergleich zu meinem Standard-Kamerasetup. Die Dynamik in den Aufnahmen mit der GoPro ist eine ganz ganz andere. Die Bildstabilisierung macht wirklich sehr viel her und die Restlichtverstärkung, das heißt also im dunklen Film ist mit der Kamera auch wirklich länger machbar als in meiner alten Kamera. Das Handling ist ungewohnt im Vergleich zu den Aufnahmen wie wir sonst immer so machen, also das haben wir noch nicht perfektioniert. Aber ja, zieht euch das rein. Daumen hoch, wenn euch gefällt. Kommentiert doch einfach was ihr davon hält und es wäre ziemlich geil wenn ihr meinen Channel abonniert und los geht's! Augenblick, danke! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.